mehr power du bist mit dem usi hier ich glaube das funktioniert nicht ich schieb schon so gut ich kann stell dich mal vor mich ich brauche was zum anwenden ich glaube so kipps da oben ja passt schon wenn ich will nicht gleich den ural aber du bewegst dich nein er bewegt sich ja der lade hat geholfen komm was du aus dem weg konnte ich ihn auch schieben jetzt geht es nicht mehr weiter also es hat funktioniert wenn wir in dem tempo vorankommen ja als schlamm anker ist so ein uac ganz gut also wenn das in dem tempo weiter geht musst du nur noch mit fünf bis acht weiteren die usis ankommen und wir sind oben das ist das streuen am straßenrand das bewegt sich ein bisschen ich komme aber ich habe schlagseite du könntest den kran wieder einklappen die sind hochspannungsmasten telegrafenmasten die sind denn noch besser den trifft ich rum der powerlader kommt schon Turbolader Achtung, ich schieb mit Beste Du bist der Hammer, ich bin der Kai Das ist verdammt Der Ural ist so hoch Du fährst oben drüber und Nimm nochmal Anlauf Du bist einfach hinten drüber Du bist so hoch, du fährst einfach In die Motorhaube drüber Das ist dann glaube ich schon zu sehr gebremst Hätte ich den Frontauspuff gebraucht, oder? Oh, das hat gesessen Oh, 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 passt ein bisschen auf Bei mir rammst du schon Freshman Hast du Angst? Ne, da ist noch ein Schonpuffer dazwischen Ein Schon, ULZ? Bei mir steckte der Turbolader Schon komplett im Neo drin Das ist das Verbindungsglied Das sieht nicht gesund aus für dich, Scruffy Ne, gar nicht Meine Motorhaube fängt da an, wo deine aufhört Aber ich glaube, jetzt würde ich nicht mehr weiterkommen, wenn du nicht schieben würdest Ja, Freshman, kannst anhalten Und dann kommt das Pop-Up mit abgeben Yeah Sieg Oh, nur 3 Stunden 44 Heute Also, das hat doch gerade von Ich mache dich schon Ich mache dich schon